Hinsichtlich den Kuffar, wir haben gesagt, sie unterteilen sich in zwei verschiedene Arten. Einmal ein Käfer Asli und einmal der Murtad, also einmal der Käfer, der vom Asli her ein Käfer ist. Und diese unterteilen, wie gesagt, nochmal in zwei, in Ahlul Kitab, in Leute der Schrift und keine Leute der Schrift. Und hier in diesem Fall, wir haben gesagt, die Leute der Schrift und die Leute, die keine Leute der Schrift sind, also irgendwelche Buddhisten und Hinduisten und sowas, oder auch Atheisten, bei diesen Leuten, also die vom Asli her Kuffar sind, die vom Grundsatz her Kuffar sind, hier, wer keinen Tekfir auf diese Leute macht, der ist selber ein Käfer geworden. Warum? Weil du sagst, dadurch, dass du sagst, ich mache auf den Christen kein Tekfir und auf den Buddhisten kein Tekfir, das ist eine Sache, du siehst ihren Weg auch als richtig an. Und das ist eine Sache, die dem Islam sozusagen widerspricht. Der Islam ist nur ein Weg und das ist der einzig richtige Weg. Aber wenn du sagst, der Christ, ich sage nicht, dass er ein Käfer ist, und der Jude, ich sage nicht, dass er ein Käfer ist, und der Buddhist und der Hindu ist, dann sagst du damit, dass dein Weg auch ein richtiger Weg ist. Ja, und deswegen, und wir werden gleich noch auf die Punkte zu sprechen kommen, warum diese Sache ein Ausschritt des Islams ist, aber das ist die erste Sache. Also was? Also Leute, die vom Grundsatz her Kuffar sind. Und diese Leute, hier ist diese Regel von dem Autor, wer auf diese Leute kein Tekfir macht, also wer sagt, der Christ, ich weiß nicht, ob er ein Käfer ist, ja, ich halte mich da zurück, auch wenn du dich zurückhältst, auch wenn du sagst, ich sage hierzu nichts, ja, Christen, Juden, alle diese, die vom Asr her, also vom Grundsatz her, Kuffar sind. Dann gibt es die zweite Möglichkeit oder die zweite Gruppe, und das sind Leute, die vom Grundsatz her Muslime sind. Aber sie haben eine Tat begangen oder eine Aussage getätigt, was ein Was, was ein Auslöcher des Islams ist. Und hier müssen wir unterscheiden. Eine Person, eine Person, die jetzt kein Tekfir macht, wir haben eine Person, sie hat eine Tat oder eine Aussage begangen, ja, die ein Auslöcher des Islams ist. Erstmal müssen wir schauen, diese Sache, die diese Person gemacht hat, ist das eine Sache, die mit Konsens aller Gelehrten aus dem Islam herausführt oder nicht? Und wenn es in dieser Sache eine Meinungsverschiedenheit gibt, und eine Person sagt, ich mache kein Tekfir auf diese Person, dann ist das ihr Recht. Und dann darf man nicht sagen, ja, wer die Kuffare nicht zur Kuffare klärt, der selber ein Käfir, ja, sondern hier ist das das Recht von dieser Person, wenn sie sagt, ich folge nicht dieser Meinung, ja, und sie kein Tekfir auf diese Person macht. Das heißt, erstens, diese Sache ist nicht mit Konsens der Gelehrten ein Auslöcher des Islams. Zum Beispiel das Unterlassen des Gebetes. Das Unterlassen des Gebetes, manche Gelehrte sehen das als ein Auslöcher des Islams an, andere wiederum nicht. Jetzt kommt eine Person und sagt, jemand, der nicht betet, ist für mich trotzdem noch ein Muslim. Kannst du jetzt kommen und sagen, okay, dann ist diese Person auch ein Käfir, weil sie den Käfir nicht als Käfir angesehen hat? Natürlich nicht. Ja, das darf man hier nicht machen. Dann gibt es aber den zweiten Fall. Und zwar, die Gelehrten haben sich darauf geeinigt, dass diese Tat, die diese Person macht, Unglaube ist und aus dem Islam herausführt. Zum Beispiel das Beleidigen von Allah subhanahu wa ta'ala, das Treten auf den Koran, das Beleidigen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. All diese Sachen sind natürlich Sachen, wo sich die Gelehrten darauf geeinigt haben. Es gibt keinen Gelehrten, der sagt, beleidige Allah und beleidige den Propheten und verbrenne den Koran und du bist weiterhin Muslim. Also kein Gelehrten von Ahl-Sunnah. Und jetzt hier solche Angelegenheiten, wo sich die Gelehrten darauf geeinigt haben, dass das Unglaube ist und eine Person macht das. Eine Person zum Beispiel beleidigt Allah subhanahu wa ta'ala und eine Person macht jetzt kein Tekfir auf diese Person, die in einen Auslöcher gefallen ist, der mit Konsens aller Gelehrten in Auslöcher ist. Hier sagen wir auch, müssen wir schauen. Warum schließt diese Person sie nicht aus dem Islam aus? Und auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, sie sagt, ich glaube nicht daran, dass das, was diese Person gemacht hat, aus dem Islam herausführt. Und hier ist auch die Regel von dem Autor anzuwenden, wer die Ungläubige nicht als Ungläubige ansieht, der ist selber ungläubig geworden. Zum Beispiel jemand beleidigt Allah subhanahu wa ta'ala und spuckt auf das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala und verbrennt es und beleidigt den Propheten und die Frau des Propheten. Und daraufhin sagt eine Person, ich sage nicht, dass er ungläubig ist, weil ich sehe das nicht als Unglaube an. Also ich glaube nicht daran, dass das aus dem Islam herausführt. Hier ist er selber ungläubig geworden. Warum? Weil das eine Sache ist, worauf sich die Gelehrten geeinigt haben. Die Gelehrten haben sich darauf geeinigt, dass diese Sache aus dem Islam herausführt. Und du kommst darauf hin und sagst, nein, diese Sache führt nicht aus dem Islam heraus. Das heißt, wenn eine Person sagt, ich mache jetzt kein Tekfilo auf diese Person, weil diese Person, was sie gemacht hat, ich sehe das sozusagen nicht als so schlimm an. Das ist eine Sünde, aber das führt nicht dazu, dass sie aus dem Islam heraustritt. Dann ist das natürlich ebenso Unglaube. Aber jetzt eine Person, die sagt, und das ist die zweite Möglichkeit, eine Person macht etwas, was aus dem Islam herausführt und die Gelehrten sind sich einig, dass diese Sache aus dem Islam herausführt. Und dann kommt eine Person und sagt, ich sage aber nicht, dass diese Person ungläubig ist. Warum nicht? Dann sagt sie, weil ich daran glaube, dass diese Person vielleicht einen Grund hatte. Ja? Sie hat das vielleicht nicht beabsichtigt gemacht. In diesem Fall kann man natürlich nicht sagen, dass diese Person ungläubig geworden ist, weil sie ihn nicht zum Ungläubigen erklärt hat. Also zum Beispiel, eine Person tritt auf den Koran und es ist gerade dunkel. Ja? Es ist gerade dunkel und er tritt auf den Koran. Und dann kommt eine Person und sagt, ich sage jetzt nicht, dass er aus dem Islam ausgetreten ist. Natürlich, dass eine Person beabsichtigt, auf den Koran tritt. Hier gibt es keinen, der sagt, das ist kein Unglaube. Ja? Aber jetzt kommt eine andere Person und sagt, ich sage nicht, dass diese Person ungläubig ist. Warum? Weil ich glaube, dass es dunkel war und er das nicht gesehen hat und das aus Versehen war. Ja? Hier natürlich in diesem Fall ist diese Person dadurch nicht ungläubig geworden. Ja? Also muss man diese Thematiken sozusagen unterscheiden und je nachdem anwenden, was der Autor meint und was der Autor nicht meint. Warum ist das überhaupt Unglaube, wenn eine Person den Ungläubigen nicht als Ungläubigen ansieht? Weil er zum einen die andere Religion auch als was? Als richtig ansieht und auch als Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala und weil er über Allah subhanahu wa ta'ala lügt. Diese Person bezichtigt Allah subhanahu wa ta'ala Lüge. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Religion bei Allah ist der Islam. Diese Person sagt nein, das Buddhistentum und der Hinduismus ist auch richtig. Und diese Person natürlich bezichtigt ebenso den Propheten sallallahu alaihi wa sallam der Lüge.